24 von 36 Vorrundenspielen sind absolviert und das bedeutet, der zweite Spieltag ist vorbei. Und bevor der dritte Spieltag schon bald beginnt, wollen wir mal auf die Situation in den einzelnen Gruppen schauen und auch mal schauen, wie sähe das Achtelfinale momentan aus. Wir beginnen natürlich bei Gruppe A, beim Gastgeber Frankreich, der mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel die Tabelle nun mit zwei Punkten Vorsprung anführt. Aber das Spiel gegen Albanien war lange nicht so klar, wie es jetzt vielleicht das Ergebnis anmutet. Ein 0 zu 0 war das Ergebnis, nachdem es lange aussah, ehe kurz vor Ende Griezmann mit dem 1 zu 0 und in der Nachspielzeit Payet mit dem 2 zu 0 alles klar für Frankreich gemacht haben. Damit hat Frankreich natürlich die optimale Ausgangslage, um sich den Gruppensieg zu sichern. Die Schweizer dagegen verpassten es derweil, das Achtelfinale klar zu machen. Sie lagen zunächst gegen Rumänien zurück, konnten noch ausgleichen, aber mit diesem 1 zu 1 hat die Schweiz jetzt eine Situation, die nur bedingt gut ist. Und das sieht man, wenn man mal schaut, gegen wen die Schweiz jetzt spielt, nämlich gegen Frankreich. Und sollte die Schweiz hier verlieren, dann muss sie hoffen, dass Rumänien nicht gegen Albanien gewinnt, denn sonst rutscht die Schweiz auf den dritten Rang ab. Mit vier Punkten sollte sie trotzdem den Sprung ins Achtelfinale schaffen, aber es ist natürlich klar, eine Niederlage der Schweiz und ein Sieg der Rumänien würde dazu führen, dass die Schweiz ganz automatisch wohl einen schwereren Gegner bekommen würde. Und das will natürlich die Schweiz sicherlich vermeiden. Die Rumänien also spielen gegen Albanien. Da geht es für beide Teams um alles. Die Albaner müssen auf jeden Fall dreifach punkten. Mit einem einzelnen Punkt gewinnen wird das wohl nichts mehr mit dem Einzug ins Achtelfinale. Und am besten ist es natürlich, wenn sie mit zwei Toren Differenz mindestens gewinnen würden, denn dann sieht es in der Tordifferenz etwas besser aus. Die Rumänien dagegen haben ja schon einen Punkt und da dürfte dann ein Sieg auch der sichere Einzug ins Achtelfinale bedeuten. Aber das heckt natürlich auch wiederum ab, was in den anderen Gruppen passiert. Also in Gruppe A ist es spannend und natürlich die Franzosen sollten auch versuchen, nicht zu verlieren, denn immerhin ist der Gruppensieg damit verbunden, einen möglicherweise etwas leichteren Zweig in der K.O.-Phase zu erreichen. Gruppe B. Russland gegen Slowakei und England hat gegen Wales gespielt. Beides mal dasselbe Ergebnis, nämlich 2 zu 1. Zunächst das 2 zu 1 für die Slowakei, die souverän zunächst 2 zu 0 gegen die Russen geführt hat, ehe Russland dann am Ende nochmal kam, aber eben nicht das 2 zu 2 geschafft hat. Für die Russen sieht es jetzt ganz schlecht aus als letzter mit nur einem Punkt. Andererseits haben sie noch die Option, weiter vorzustoßen, das werden wir gleich sehen. England hat das Battle of Britain gewonnen, 2 zu 1 nach 0 zu 1 Rückstand und führt jetzt die Tabelle an mit 4 Punkten vor Wales und Slowakei. Da Wales den direkten Vergleich gegen die Slowakei gewonnen hat, sind sie zur Zeit noch auf Rang 2. Die Slowakei folgt auf Rang 3 und die Russen sind letzter. Aber Russland hat das letzte Spiel gegen Wales und kann mit einem Sieg auf jeden Fall noch Wales hinter sich lassen und möglicherweise sogar noch Platz 2 erringen, sollte die Slowakei gegen England verlieren. Also für Russland geht es um vieles, aber man sieht, sie müssen auf jeden Fall gewinnen, denn sonst sind sie auf jeden Fall auch ausgeschieden. Die Slowakei spielt gegen England, das ist ein enges Duell, denn England hat nur 4 Punkte, die Slowakei hat 3 Punkte und somit darf England auf keinen Fall verlieren, denn eine Niederlage könnte möglicherweise dazu führen, dass man noch auf den dritten Rang abrutscht. Aber für England gilt natürlich das gleiche wie für die Schweiz mit 4 Punkten. Deswegen sollte es eigentlich machbar sein, das Achtelfinale zu erreichen. Aber natürlich, wenn viele Gruppen 4 Punkte am Ende haben, dann könnte es doch wieder eng werden. Also die Engländer sind auf jeden Fall gut beraten, nicht zu verlieren. Und wenn wir mal so schauen, die Engländer haben in beiden Spielen Schwächen offenbart. Im ersten Spiel haben sie einfach den Sack nicht zugemacht und im zweiten Spiel gegen Wales haben sie zwar einen Rückstand gedreht, aber es war keinesfalls so, dass alles so souverän war. Da war ja auch lange Zeit ein Leerlauf in diesem Spiel. Gruppe C, das ist die deutsche Gruppe, da hat zunächst einmal die Ukraine gegen Nordirland gespielt. Nordirland mit einem Sieg, mit einem 2 zu 0 Sieg und einem späten Treffer, wie es bei dieser EM ja durchaus häufiger schon vorgekommen ist. Und dieses Ergebnis bedeutete letztendlich, dass die Ukraine ausgeschieden ist. Denn durch die Punkteteilung zwischen Deutschland und Polen kann die Ukraine keinen der anderen Teams mehr überholen. Deutschland und Polen sind mit 4 Punkten außer Reichweite und Nordirland kann nicht mehr überholt werden, denn bei Punktgleichheit schaut man zunächst auf das direkte Ergebnis, auf das direkte Duell. Und das ist ja, wie wir hier sehen, an die Nordirland gegangen. Und das führt natürlich dazu, dass Nordirland schon mal auf jeden Fall Gruppendritter ist. Und jetzt wird natürlich geschaut, was noch geht. Wir schauen noch kurz auf die andere Partie, die gespielt worden ist. Deutschland-Polen, ein 0 zu 0. Ein Spiel, das wenig gefährliche Torraumszenen geboten hat. Ein Spiel, bei dem sich beide Teams ja fast schon neutralisiert haben. Letztendlich bedeutet das Ergebnis, dass sowohl Deutschland als auch Polen mit 4 Punkten eine gute Ausgangslage haben. Aber klar, Deutschland als amtierender Weltmeister hat sich doch ein bisschen mehr ausgerechnet. Das ist also eher eine Enttäuschung als ein großer Erfolg für die deutsche Mannschaft. Trotzdem, Deutschland hat jetzt mit Nordirland einen Gegner, den sie normalerweise schlagen sollte. Das sollte der Anspruch sein. Und mal schauen, wie die Partie verlaufen wird. Immerhin Nordirland, auch Polen, haben ja beide die Chance, noch Gruppensieger zu werden. Insofern, Nordirland hat diesen dritten Rang sicher. Und jetzt, wie eben gesagt, wird ja geschaut, was noch machbar ist. Mal sehen, ob die Nordiren genauso defensiv spielen werden wie gegen Polen. Oder ob sie sich auch was zutrauen werden. Deutschland hat gezeigt, dass es durchaus Probleme hat. Auch in der Defensive, gerade beim Ukrainenspiel, konnte man das das ein oder andere Mal sehen. Insofern, warum sollte Nordirland sich die ganze Zeit hinten verstecken? Aber, natürlich ist klar, die Favoritenrolle klar beim Weltmeister. Und dann haben wir noch die Partie Ukraine gegen Polen. Da ist die gute Frage, wie motiviert ist die Ukraine jetzt noch? Sie kann ja im Grunde nichts mehr reißen, rein von der Tabellensituation her. Immerhin könnte sie aber noch Punkte einfahren oder zumindest ihr zweites EM-Tor schießen. Das wäre doch noch ein Ansporn in dieser Partie. Die Polen wiederum haben natürlich die Chance, durch ein entsprechend gutes Ergebnis noch an Deutschland vorbeizuziehen. Denn bei Punktgleichheit gilt dann der direkte Vergleich, also das 0 zu 0. Bedeutet, wir schauen mal weiter. Da käme es dann auf die Tordifferenz an. Da liegen die Polen noch eins zurück. Sollte Deutschland und Polen dann auch die gleiche Tordifferenz haben, dann schaut man auf die Anzahl der geschossenen Tore. Und sollte auch hier Gleichheit herrschen, schaut man dann auf die Fairplay-Wertung. Und sollte es auch wirklich da noch einen Gleichstand geben, dann entscheidet der UEFA-Koeffizient über die entsprechende Platzierung. Da hat natürlich dann Deutschland den Vorteil auf seiner Seite. Also Gruppe C ist noch relativ unentschieden. Aber klar, Deutschland und Polen sind in einer sehr guten Ausgangslage. Gruppe D, Tschechien, Kroatien, Spanien, Türkei. Ein Unentschieden, ein deutlicher Sieg. Die Tschechen schaffen nach 0 zu 2 Rückstand noch das 2 zu 2. Überschattet wurde natürlich diese Partie von dem kleinen Teil des Anhangs der Kroaten, die dieses Spiel wohl bewusst zum Abbruch führen wollten. Also es ist die Frage, kann man jetzt vom kroatischen Anhang sprechen? Oder sollte man sagen, sie wollten es eine Gruppierung, die einfach das Spiel in gewisser Weise sabotieren wollte? Es geht zumindest zum Ende. Am Ende noch ein Elfmeter für die Tschechen. Ein 2 zu 2. Und das bedeutet natürlich für Tschechien, dass man die Chance hat, sogar noch an Kroatien vorbeizuziehen. Und auf jeden Fall noch eine Position jetzt hat, die vielversprechend ist, was das Erreichen des Achtelfinals betrifft. Dagegen die Türkei. Sie haben sich natürlich was vorgenommen nach der Auftaktniederlage gegen Kroatien. Sie haben die ersten 25 Minuten auch durchaus passabel gespielt. Und den amtierenden Europameister auch das ein oder andere Mal in die Defensive gedrängt. Aber dann drei Tore der Spanier und die Türkei nun ganz am Boden. Rein von der Tabellenplatzierung. Aber auch was die Chancen aufs Achtelfinale angeht, wird das natürlich eine schwere Sache. Denn mit minus 4 in der Tordifferenz hat man da schon eine große Hypothek, die es zu tilgen gilt. Aber so ganz ohne Chance ist die Türkei nun auch wieder nicht. Denn sie spielt gegen Tschechien im letzten Spiel. Also ein direktes Duell. Und ein Sieg würde bedeuten, dass man auf jeden Fall Dritter wäre. Und dann muss man halt schauen, wie es in den anderen Gruppen aussieht. Dann haben wir das Duell Spanien-Kroatien. Da geht es um den Gruppensieg. Die Kroaten haben eigentlich zwei Spiele lang fast durchgängig gut gespielt. Sie haben diese letzte Viertelstunde gegen die Tschechen in der Hinsicht vergeigt. Aber da ist durchaus noch was möglich. Die Spanier andererseits haben gegen die Türkei doch gezeigt, wie stark sie sein können und auch sind. Vor allen Dingen, wenn man jemanden wie Andres Iniesta in der Mannschaft hat, dann macht das durchaus auch den Unterschied aus. Also da ist es noch eng. Sollte allerdings Kroatien verlieren und Tschechien gewinnen, dann könnte es sein, dass die beiden nochmal die Plätze tauschen. Und das würde dann bedeuten, dass Kroatien nur als Gruppentritter ins Achtelfinale gehen würde. Auch da kommt es dann wieder auf die Platzierung der Gruppentritten an. Also Kroatien ist auf jeden Fall gut beraten, auf mindestens unentschieden zu spielen. Aber mit einem Sieg könnten sie ja auch diese Gruppe gewinnen. Also, warum nicht? Gruppe E. Da ist etwas, was wir bei allen anderen Gruppen noch nicht haben. Nämlich durch den Sieg der Italiener gegen Schweden 1 zu 0 haben die Italiener jetzt sechs Punkte und sind als erstes Team Gruppensieger der eigenen Gruppe. Denn gegen Belgien hat man ja den direkten Vergleich mit 2 zu 0 gewonnen. Und insofern kann nur Belgien noch gleich ziehen, rein von den Punkten her. Und dann zählt, wie gesagt, der direkte Vergleich, denken an die Italiener. Und somit ist Italien Sieger der Gruppe E. Und das hat dann auch noch gleich Folgen für die K.O.-Phase. Gerade aus deutscher Sicht könnte das jetzt interessant sein. Dazu dann gleich mehr. Zunächst schauen wir auf die andere Partie, Belgien gegen Irland. Da ging es 3 zu 0 aus. Nach einer ersten Hälfte, in der die Belgier es nicht schafften, einen Treffer zu erzielen, schafften sie es dann in der zweiten Halbzeit viel besser, gegen die Iren vor das Tor zu kommen. Trafen 3 Mal und haben jetzt den Sprung vom letzten Platz auf den zweiten Platz geschafft. Und haben jetzt auch wieder eine sehr gute Ausgangslage, was die direkte Qualifikation über den zweiten Platz fürs Achtelfinale betrifft. Die letzte Partie spielen dann die Belgier gegen die Schweden, die bis hierhin noch gar nicht so wirklich überzeugen konnten, gegen Italien. Das war insgesamt ein Spiel, das in dem Sinne wenig Torchancen erbracht hat. Aber in diesem Spiel haben die Schweden auch wirklich nicht viel zustande gebracht. Sie haben schon gegen Irland keinen einzigen Torschuss geschafft. Haben trotzdem das Tor erzielt durch das Eigentor. Insofern ist es natürlich spannend zu schauen, wie schlägt sich Schweden gegen den mitfavoriten Belgien. Nach dem 3 zu 0 gegen Irland haben sich die Belgier ja auch wieder gut erholt gezeigt. Die Italiener spielen gegen Irland. Für Italien geht es jetzt erst einmal im Grunde um nichts mehr. Sie können sich also etwas schonen. Ob das jetzt Auswirkungen hat auf die Partie, wird man dann sehen. Irland ist noch nicht ganz so chancenlos. Wenn sie gewinnen, dann könnten sie auch wieder als einer der besten Gruppen dritten. Oder sogar vor Schweden, da müssen sie aber ein bisschen höher gewinnen, könnten sogar noch den zweiten Platz klar machen, wenn Schweden gewinnen würde. Also auch hier ist noch einiges offen und so können wir jetzt auf die letzte Gruppe schauen. In Gruppe F gab es am zweiten Spieltag keine Sieger. Sowohl Island gegen Ungarn als auch Portugal gegen Österreich endeten jeweils unentschieden. Island verpasste einen Sieg sehr spät. Sie haben lange geführt. Ungarn hat spät ausgeglichen. Und so bleibt Ungarn ganz vorne in der Tabelle. Allerdings, dieses 1 zu 1 hatte für Island noch einen kleinen Effekt, was die Position angeht. Denn da Portugal gegen Österreich torlos geblieben ist, rückt jetzt Island vor Portugal aufgrund der mehr geschossenen Tore. Und das ist natürlich eine sehr interessante Tabelle nach zwei Spieltagen. Denn die beiden größten Außenseiter in dieser Gruppe sind diejenigen, die diese Gruppe anführen. Und Ungarn mit vier Punkten hat eine sehr gute Ausgangssituation und kann auch nicht mehr schlechter als Dritter werden. Und mit vier Punkten und einer momentan relativ guten Tordifferenz sieht es doch eigentlich ganz gut aus für die Ungarn. Island, Portugal und Österreich dagegen haben noch jeweils ein sehr wichtiges Spiel vor sich, weil dort noch alles passieren kann. Aber natürlich gilt das auch für die Ungarn, denn auf den dritten Rang abzurutschen bedeutet ja auch, sollte man sich qualifizieren, dass man einen schwereren Gegner bekommen wird, höchstwahrscheinlich. Und schauen wir mal auf die Begegnung. Island spielt gegen Österreich. Das ist ein sehr interessantes Duell natürlich, weil die Islander gezeigt haben, dass sie kampfstark sind und in der Mannschaftsleistung super sind. Und bei Österreich ist eben noch die Frage nach diesem Portugal-Spiel, man hat zwar die Null gehalten, aber da muss man sich auch sehr bei Robert Alma bedanken mit klasse Paraden und natürlich ein bisschen auch Glück, dass der Elfmeter nicht reingegangen ist, das CR7 verschossen hat. Da ist die Frage, was kann Österreich eigentlich vorne leisten, denn das fehlte ja im Spiel gegen Portugal so gut wie völlig. Bis auf ganz wenige Aktionen, in denen die Österreicher mal dem Strafraum und dem Tor von Rui Patricio nahe gekommen sind. Andererseits, Ungarn spielt gegen Portugal und Portugal braucht natürlich den Sieg, denn es ist natürlich fraglich, ob man mit drei Unentschieden ins Achtelfinale vorstoßen wird. Und Portugal will sicherlich nicht als Drittplatzierter in ein Achtelfinale gehen und wir werden auch gleich sehen, Stand jetzt wäre das für Portugal auch ein sehr schweres Spiel, was auf sie warten würde. Das erste Mal zur Gruppe F und jetzt schauen wir doch einfach mal auf das Achtelfinale. Wie sähe es denn aus, wenn die Teams, die jetzt die besten Drittplatzierten sind, so in dieser Weise auch ins Achtelfinale kommen würden. Also wie sähe das Achtelfinale zurzeit aus? Dazu erstellt man die Rangliste der Gruppendritten und man sieht, sie wird angeführt von Nordirland. Dieser 2 zu 0 Erfolg gegen die Ukraine führt dazu, dass sie mit Plus 1 die beste Tordifferenz haben. Sie sind also ganz oben in diesem Ranking, haben somit auch gute Chancen, zumindest von der Platzierung her. Natürlich hat Nordirland mit Deutschland wahrscheinlich einer der schwersten Gegner, die möglich sind, aber zumindest führt man diese Rangliste zurzeit an. Die Slowakei aus Gruppe B wäre dabei, Portugal mit zwei Punkten folgt auf Rang 3 aus Gruppe F und Tschechien wäre als vierter auch noch dabei. Wir sehen aber, Tschechien und Rumänien sind eigentlich rein von den Werten, die wir hier sehen, identisch. Jeweils ein Unentschieden und eine Niederlage, jeweils zwei Tore und drei Gegentore und das macht insgesamt auch einen Punkt. Hier gilt jetzt also die Fairplay-Wertung als weiteres Kriterium und Tschechien hat weniger gelbe und rote Karten bekommen als Rumänien. Und deswegen ist Tschechien zurzeit vor Rumänien und Schweden liegt ganz hinten. Und wenn man mal so überlegt, wie die Partien im nächsten Spieltag sind, dann wird das natürlich für Schweden nicht einfach gegen Belgien. Da müssen sie unbedingt dreifach punkten, denn Tschechien und Rumänien haben ja jeweils Spiele gegen den Gruppenletzten. Und das heißt, sie werden entweder selbst punkten oder eben der jeweilige Gegner wird punkten, sodass man sagen muss, dass Schweden im Grunde nur ein dreifacher Punktgewinn hilft. Und das zeigt aber auch für Portugal, dass man mit einem Sieg gut beraten wäre. Tschechien spielt gegen die Türkei, die Türkei hat noch keinen Punkt, Tschechien hat einen, Rumänien hat einen und die Rumänen spielen gegen die Albaner. Also da wird es sicherlich noch Verschiebungen geben. Und mal schauen auch, was mit Nordirland passieren wird. Das Achtelfinale wird dann nach diesem Schema ausgefüllt. Man füllt die entsprechenden Teams an die entsprechenden Positionen. Und dann hat man ja diese vier Drittplatzierten, die eine gewisse Variabilität bringen. Und wie werden sie jetzt aufgeteilt? Es gibt ja 15 Kombinationen und man sucht sich jetzt die heraus, die wir zurzeit vorliegen haben. Wir haben ja gesehen, wir haben die Slowakei aus Gruppe B, wir haben aus Gruppe C Nordirland, wir haben aus Gruppe D Tschechien und aus Gruppe F Portugal. Das heißt, die Kombination B, C, D, F ist diejenige, die momentan die richtige ist. Und so ergeben sich die folgenden Achtelfinalpartien. Schweiz gegen Polen, Spanien gegen Portugal. Das ist, was ich eben angedeutet habe. Das schwere Spiel für die Portugiesen sollte es am Ende so bleiben. England spielt gegen Tschechien, Ungarn gegen Belgien, Deutschland gegen die Slowakei. Das hatten wir ja erst im Testspiel vor kurzem und da hat die Slowakei ja 3-1 gewonnen. Natürlich mit sehr, sehr widrigen Bedingungen in der zweiten Halbzeit, aber Deutschland wäre auf jeden Fall gewarnt. Italien-Kroatien, auch ein Duell, das man aus der Qualifikation schon kennt. Frankreich gegen Nordirland und Wales gegen Island. Und wenn man jetzt das Achtelfinale ein bisschen nochmal umschreibt in die K.O.-Phase, dann kann man auch so ein bisschen schon mal schauen, wie sehen dann die möglichen Viertelfinals aus, wer trifft auf wen, also was sind die möglichen Duelle. Und natürlich aus deutscher Sicht interessant wäre dann, dass man bei einem Sieg der Italiener und bei einem Sieg der Deutschen aufeinandertreffen würde im Viertelfinale und damit es wieder zum Klassiker Deutschland-Italien bei einer Europameisterschaft kommen würde. Aber soweit sind wir natürlich noch lange nicht. Es sind ja noch Verschiebungen möglich. Deutschland muss auch erst einmal die Gruppe gewinnen, um in diesem Zweig mit Italien zu landen. Und dann muss man ja auch noch die Achtelfinals spielen. Und bei diesen Duellen, sowohl Deutschland-Slowakei als auch Italien-Kroatien, ist zumindest Potenzial für Überraschungen gegeben. Das soll es für den Moment sein. Den nächsten EM-Bericht gibt es dann nach dem dritten Spieltag. Da schauen wir auf den dritten Spieltag zurück. Und auf die bevorstehenden Achtelfinals. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen, beim Mitfiebern und wünsche bis zum nächsten Video eine schöne Zeit und sage Tschüss.